Guten Tag, heute spreche ich über Künstler oder Künstler in Deutschland. Das Thema ist Literatur und der Künstler ist Patrick Susskind. Patrick Susskind wurde am März 26. 1949 im Armbach am Starnbürgersee, Deutschland geboren. Er ist ein deutscher Schriftsteller. Er schreibt Bücher und Drehbücher. Er besuchte die Schule in Holzhausen, Bern. Er ist ein Nachfahrer von Ex-Gitter Johann Albrecht Bengel und Reformator Johann Sprenz. Er studierte mittlere und neuere Geschichten an der Universität München und in Eisend-Provenz von 1968 bis 1974. Er hat nie absolviert. Er machte seinen Durchbruch mit seinem ersten Spiel. Es ist der Kontrabass. 1984 in der Spielzeit. Es wurde mehr als 500 Mal. Es geht um einen Musiker, die so viele Probleme hat mit seinem Instrument und seiner Bedeutungslosigkeit. Dass er sich in Fetalismus... Susskind war ein erfolgreicher Drehbuchautor für Monaco Franze 1983 und Cure Royale im Jahre 1987. Er gewann den Drehbuchpreis von Deutschen Ministerium für Kultur im Jahr 1996 für sein Drehbuch Rossini. Die er jedoch abgelehnt hat aus Seichnungen wie der Fahres Literaturpreis, dem Gutenbergpreis und dem Turkanpreis. Sein bekanntestes Werk ist das Buch Parfum, die Geschichte eines Mörders. Er erscheinen im Jahr 1985. Es ersählt die Geschichte des Jean-Baptiste Grenouille, einen Sirenenmörder, der eine scharfe Geruchssinn. Es wurde zu einem Film im Jahr 2006 von Tom Tweaker. Für neun Jahre das Magazin Der Spiegel berichtet, das Parfum würde ein Bestseller. Außerdem verfasste er die Novelle Die Tauber, die Geschichte von Herrn Sommer und drei Geschichten und eine Betrachtung. Eine seiner Bekannten und neuere Werke ist eine Sammlung von Essays auf Liebe und Tat, erscheinen im Jahr 2006. Aber er ist in der ganzen Welt bekannt, über ihn ist nicht bekannt. Er lässt keine Interviews oder Fotos. Er lebt in München, in Seeheim und in Frankreich. Ich hoffe, dass Sie meinen Vlog genossen. Meine Queller sind hier. Tschüss!